Auf der Suche nach männlichen Idolen nehmen sich leider immer mehr junge Männer Andrew Tate zum Vorbild, einen völlig verweiblicht aussehenden Moslem. In dieser Folge will ich dir drei Gründe zeigen, warum Andrew Tate ein totaler Loser ist, ein totaler Verlierer. Erstens, Andrew Tate glaubt nicht an den Herrn Jesus Christus. Wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst, dann bist du ein Loser. Du wirst letzten Endes als totaler Verlierer dastehen, du wirst alles verlieren, was du hast und wirst zur Hölle fahren. Da kannst du dir noch so toll vorkommen in diesem Leben, du bist ein Loser. Andrew Tate kann sich noch so toll und reich vorkommen, er ist ein totaler Verlierer. Die Bibel sagt, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Außerdem sagt die Bibel in 1. Korinther 16, Vers 22, Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht, Maranatha. Wenn jemand nicht den Herrn Jesus Christus liebt, der sei verflucht. Wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, dann ist dein Leben komplett sinnlos, komplett wertlos. Und Ungläubige werden in der Bibel tatsächlich mit Unkraut verglichen, mit faulen Fischen verglichen, die man wegwirft letzten Endes. Hey, solange du noch lebst. Jesus Christus liebt dich, er will dich retten. Aber wenn du eines Tages stirbst, ohne an Jesus Christus geglaubt zu haben, du wirst weggeworfen. Genauso wie faule Fische, genauso wie Unkraut, genauso wie Abfall. Also Andrew Tate ist ein Loser. Erstens, weil er nicht an den Herrn Jesus Christus glaubt. Da kann er sich noch so toll vorkommen, noch so einen auf männlich tun, so verweiblicht er auch aussieht. Er ist ein Loser. Ich zitiere aus Wikipedia, da heißt es, im Oktober 2022 veröffentlichte die Plattform OneIslamTV ein Video, in dem Tate erklärte, dass er nun zum Islam konvertiert sei. Der Islam spiegelte wieder, was ohnehin seine persönliche Einstellung sei. Also sowas wie Lästerung gegen Jesus Christus, die Dreieinigkeit ablehnen, nicht wahr? Spiegelt seine persönliche Einstellung wieder. Sowas wie Pädophilie. Ich meine, Mohammed war ein von Dämonen besessener, pädophiler, falscher Prophet. Sowas wie Frauen schlagen. Spiegelt seine persönliche Einstellung wieder. Was für ein netter Mensch, nicht wahr? Was für ein Abfall. Andrew Tate ist Abfall. Erst jetzt schon Abfall. Ich zitiere aus einer Sure aus dem Koran, diejenigen Frauen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet. Oh, ich fürchte mich vor ihrer Widersetzlichkeit. So er mahnt sie zunächst, meidet sie dann in den Ehebetten und schlagt sie. Sie spiegelt seine persönliche Einstellung wieder. Was für ein MGTOW-Loser. Das ist mein zweiter Punkt, warum Andrew Tate ein Loser ist. Er ist ein MGTOW-Loser. MGTOW, M-G-T-O-W, steht für Men Going Their Own Way. Oder es gibt auch diesen Begriff Menosphere. Das ist im Grunde genommen das männliche Pendant zum Feminismus. So Maskulinismus oder so. Die einfach denken, alle Frauen seien schlecht. Es gibt nur noch schlechte Frauen. Wir geben das Konzept der Ehe auf. Sie wollen natürlich die gewisse Aktivität üben, aber bloß keine Ehe. Was für ein Loser. Anstatt Christen zu werden, Jesus nachzufolgen und eine biblische Ehe anzustreben, geben diese MGTOW-Loser ganz einfach auf. Und wenn du aufgibst, bist du ein Verlierer. Was ich am lächerlichsten finde an diesen MGTOW-Leuten ist, dass sie denken, sie seien irgendwie dieser Preis, den Frauen gewinnen müssten. Dabei ist es genau andersrum. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 31, Vers 10, eine zugendhafte Frau. Wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Weißt du was? Ich will nicht als Mann diese hübsche kleine kostbare Perle sein, nach der Frauen suchen müssen. Das ist lächerlich. Das ist armselig. Diese Leute sind nicht männlich. Andrew Tate ist kein männliches Vorbild. Der Typ kommt mir eher wie eine Schwuchtel vor. Ich habe dieses Video auf YouTube gesehen, wo Andrew Tate mit zwei anderen Männern zusammensitzt und sie tun ganz männlich so, rauchen ihre Zigarre und trinken Alkohol, was alles natürlich überhaupt nicht männlich ist. Ich meine, Alkohol macht dich tatsächlich verweiblicht. Das nur mal so am Rande. Aber sie tauschen sich über die Ehe aus und heutzutage macht Ehe keinen Sinn mehr für Männer. Und heutzutage in der Ehe haben Männer nichts mehr zu sagen. Wie armselig ist das denn, darüber zu heulen? Männer haben heutzutage nichts mehr zu sagen in der Ehe. Warum wirst du nicht Christ? Warum folgst du nicht der Bibel? Warum strebst du nicht eine biblische Ehe an? Warum suchst du dir nicht eine gottesfürchtige Frau? Aber ach so, er ist ja zum Islam konvertiert. Denn das spiegelt ja seine persönliche Einstellung wieder. Der Islam, wo er dann eben seine Jungfrauen im Himmel bekommt und auch seine Knaben im Himmel. Dieser pädophile, ekelhafte Sack Andrew Tate. Und ja, das habe ich gerade gesagt, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, dass der Typ eine Schwuchtel ist. Drittens, warum ist Andrew Tate ein Loser? Er ist instabil. Er ist extrem instabil. Sagt mal dies, mal das. Ist angeblich christlich aufgewachsen. War Atheist. Wird Moslem. Der Typ weiß nicht, was er glaubt. Der Typ weiß nicht, was seine Überzeugungen sind. Er hat keine richtigen Überzeugungen. Der Typ geht einfach mit jedem Wind, weil er angesehen sein will. Er will ankommen bei einer bestimmten Zielgruppe. Er ist einfach auf das Geld aus. Er hat keine echten Überzeugungen. Und das ist nicht männlich. Die Bibel sagt, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Wir sollen feststehen im Glauben. Wir sollen männlich sein. Wir sollen stark sein. Aber das ist nicht stark, sich hin und her treiben zu lassen von jedem Wind der Leere. Was sagt die Bibel über Johannes den Täufer? Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Johannes, der Täufer war nicht dieses Rohr, das vom Wind bewegt wird. Mal so, mal so. Andrew Tate aber ist ein Rohr, das vom Wind bewegt wird. Mal Atheist, mal Moslem, tut mal ganz männlich in seinen Skinny-Jeans und seinem Skinny-Anzug. Sieht wie eine Schwuchtel aus. Und dann im nächsten Video sagt er was. Tatsächlich Schwuchteliges. Weil der Typ ganz einfach verdorben ist im Hirn. Der Typ ist ekelhaft. Der Typ ist Abfall. Und ich kann nur sagen, suche dir echte christliche Vorbilder. Christen müssen deine Vorbilder sein. Nicht die Menschen dieser Welt. Die zur Hölle fahren. Die keine Hoffnung haben. Die nicht wissen, was in dieser Welt abläuft. Die völlig verquere Philosophien haben. Die pervers sind. Die eklig sind. Deren Leben sinnlos ist. Wenn du jemandem nachfolgst, dessen Leben sinnlos ist, dein Leben wird sinnlos. Garantiert. Und im Grunde genommen ist das eine Anleitung, was du als Mann tun solltest. Erstens, werde Christ. Du willst lernen, wie du dich als Mann verhalten solltest und so weiter. Lies die Bibel. Werde Christ. Zweitens, sei kein MGTOW-Loser. Gib nicht auf. Ach, es ist alles. Alle Frauen sind schlecht heutzutage. Was für eine lächerliche, dümmliche Aussage. Was für eine schwache Aussage. Gib nicht auf. Irgendwie zu denken, auch Ehe macht keinen Sinn oder so. Doch, Gottes Gebote machen Sinn. Auch im 21. Jahrhundert. Und drittens, sei nicht instabil. Sei stabil. Habe Überzeugungen. Stehe zu dem, was du glaubst. Und natürlich, wenn du etwas Falsches glaubst, nun, werde erst mal Christ und dann stehe dazu. Und lass dich nicht von jedem Wind der Leere hin und her bewegen. Geh nicht mit dem Strom, um einfach nur populär zu sein. Um einfach angesehen zu sein. Also, sei kein Loser wie Andrew Tate. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ehrlich. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020